Parivritta Ardha Padma Bhittilasana ist die drehende Lotus-Kuh. Ausgangsposition, Langsitz, von hier gib einen Fuß in den halben Lotus, dann beuge das andere Knie und hebe dann das Becken hoch. So bist du auf beiden Knien. Und dann gibst du einen Unterarm auf den Boden und du hebst den anderen Arm nach oben zur Decke hin. Wenn du magst, kannst du dabei auch Zeigefinger an den Daumen geben, Chin Mudra, oder die Finger hoch zur Decke ausstrecken. Bemühe dich um eine gute Drehung in der Wirbelsäule. Du drehst die Wirbelsäule, machst aber keine vorwärtsbeugende Wirbelsäule. Und so bist du in Parivritta Ardha Padma Bhittilasana. Eine schöne Drehung in der Kuh im halben Lotus.